Läuft der Stream? Ja, läuft. Pssst, jo Leute, was geht? Marcel am Start, ihr seht schon am Titel. Heute ein Livestream von mir. Und heute um 2 Uhr nacht ist das Live-Event von einem bestimmten Trailer. Hab ich sogar in der Videobeschreibung. Und da tu ich auch noch einen Typen verlinken in der Videobeschreibung. Ja, Stanplay schaut auf jeden Fall vorbei. Ich finde, er macht gute Videos, aber ich weiß. Leute, ich sag euch, dass ihr heute auf dem Laufenden bleibt, ne? Auf jeden Fall. Und ja, Leute, ich weiß, es ist gerade keiner im Chat. Marco, bist du gerade im Chat? Nee. Auf jeden Fall, Leute. Digga, krank. Heute live ein Laufenden krank, 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 krank. Marco, hast du eine Waffe für mich? Marco, und falls manchmal Wiederholung kommt, wenn ich das sage, wie sieht am Livestream, meinst du, wenn ich rede und dann der Livestream noch dazu, dann kommen meine Worte später, weißt? Oh, Digga. Ich hab die Schnell Ding. Ja. Ich krieg einen Typen mit einem Minigang, okay? Ich bin nämlich gut Minigang. Ja. Leute, ihr seht's ja mal in anderen Videos früher, wie gut ich mit Minigang war, ne? Komm schon mit mir, die komm schon mit mir, die komm schon mit mir. Ja, Leute, wenn ihr wollt, dass ich euch was aus dem Album schon schenke, macht in den Chat Glocke aktiv. Wenn ihr nicht den Battle Pass wollt, schreibt gleich in den Chat, sofort in den Chat Glocke aktiv, Leute. Leute, und falls ihr jetzt denkt, Marcel, du schenkst deinen Freunden eh alles, ne? Die müssen nix schreiben. Nee, die müssen auch auf dem Chat schreiben, dann schenke ich ihnen die Sachen, aber Marco hat es halt was gebrochen, weil ich weiß, er ist so hype auf dem Battle Pass. Aber wenn er will, kann ich dann trotzdem im Chat Glocke aktiv schreiben, dann krieg ich da hundertprozentige Shorts, dass er einfach den Battle Pass, den neuen Battle Pass von mir kriegt, hat er dann hundertprozentige Shorts, ne? Ich schreibe jetzt Glocke aktiv. Digger, Marco, du hast hundertprozentige Shorts, ne? Leute, mein Freund hat es hundertprozentige Shorts auf dem Battle Pass zu gewinnen. Leute, ihr müsst halt den Epic Games Namen in eure Kommentare schreiben. Ich kenne ja Marco Epic Games Namen. Ich weiß dann halt, wie ich den den schicke. Und ihr denkt jetzt, Marcel, du brauchst deine Kartennummer. Nein, du brauchst ihn eben nicht, weil ich das per Playstation habe, nicht per PC. Halt per Laptop. Oh, geholt, 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 Digger. Das Ding wird, du hast ein Team mit. Ne, ich hab die. LOL, ich hab den einfach geholt. Ich werde immer besser. Und Leute, falls ihr besser werden wollt, hat einfach auf Marco, er hat mir auch geholfen, hat gesagt, ich soll halt mehr Ding machen, mehr Gruppenkeile. Und da bin ich drauf eingegangen. Natürlich, ich will besser werden, Leute. Und ja, ich bin natürlich ein bisschen besser geworden, oder? Und ja, Leute, hört auf mein Rat, macht immer je, täglich halt zweimal am Tag. Okay, Marco erklärt's lieber jetzt mal in Chat. Ihr müsst es tun. Ihr wollt ja so gut werden, wie Marco und ich, ne? Ihr wollt ja auch Pro-Gamer werden. Mit einer Sniper. Sogar einmal durch das Gras. Habe ich den gegen den Headshot gemacht? Hallo, erst mal Headshot gemacht, Digger. Und jetzt hab ich mich selber runtergeschossen. Ja, moin, Digga. Und ich hab kein Baumaterial mehr. Ja, moinsen. Ja, ich hab einen Gegner. Ähm, 150, halt 120 Headshot. Genau, da gibt mir einen Headshot. Genau, Digga. Aimbot. Erwartet. Da, 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 da hast du, hast du ihn grad fliegen gesehen? Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, da ist er zu, aimbot. Marco muss jetzt aufgehen. Ja, ich muss aufgehen. Wir hören uns ja gleich wieder im Chat, ne? Bis gleich im Chat. Bam. Ah, Markus und Chad, süß. Bam. Ich erlebe die. Also Leute, was sollen wir machen? Sollen wir mal das neue Operation-Infilz-Ding mit den Datenkoffern? Oder Party-Royal oder Kampflabor der Kreativ-Modus in Jump'n'Run? Oder einfach Petro-Royal oder Gruppenkeile. Aber was habt ihr Bock? Boah. Ich bin gespannt, dass man geschrieben hat. Ich bin gespannt, dass man geschrieben hat. Ich bin gespannt, dass ich das erste Mal verliebt habe. Ja, okay. Jump'n'Run oder? Ich habe wieder fest geguckt. Bank heißt PvP. Okay. Oder ich schreibe einfach Run. Run. Ja, okay. Jump'n'Run. Dann muss ich ganz kurz dann auf mein Handy gehen und Jump'n'Run eingeben. Hacker, Pro oder Noob. Kannst du entscheiden. Ich bin aber auch rein. Pulsier. Phra, Pulsier. Brochier. Pro-Death-Run in Fortnite Blau und schlau gelöst werden sein Was laber ich eigentlich für die Scheiße Und so Freunde, wir machen heute ein Bei Zahl bist du dick, bei Kopf bist du fett Und ich soll dir zeigen Okay, guck Kim Ich habe gerade einen ausgesucht Im Pro-Death-Run von Odemann Da kleine Odemann, Digga 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bruder! Bist du dir wirklich sicher? Okay, rein in die Rolle. Okay, rein in die Rolle. Let's go! Stafvalla! Wist du die Stafvalla? Boah, da wird's safe doch schwieriger, ey! Genau! Es hat... Sprachenlern... Babbel! Es hat gebackt! Jetzt! Ja! Ja! Das war gerade erst! Ja! Ja! Äh, ja! Bruder! Ich muss lustiger! Da muss ich wieder ganz dringend los an meine Stelle! Okay! Wieso springt er nicht? Kann ich nie einen Deathrun! Direkt First Try schaffen! Ich will einen ganzen Deathrun nur First Try schaffen, ja! Oh? Okay! Ihr habt´s gesehen, wie tief derui sprung ist! Ihr habt's alle gesehen in Chat, ihr habt´s gesehen in Chat, und Video. habt es gesehen wie tief der gar nicht sprung ich bitte lachen wir nicht aus oder ich kann nichts dafür ich bin halt behindert bruder muss fucking los geht's Ich bin ein richtiger Oldemann, ein richtiger Oldemann. Ich bin ein richtiger Oldemann, ein richtiger Oldemann. Ich bin ein richtiger Oldemann. Ich bin ein richtiger Oldemann. Okay, okay, okay. Digga! Und Marco, wie geht's dir an diesem schönen Abend? Ich hoffe, euch geht's gut und Marco, dir geht's gut. Jetzt! Oh, ich kann cheaten. Und wo du gehst, Digga! Oh, Bruder! Ja! Cheaten, Marcel! Genau! Passiert, wenn du cheaten willst, Digga! Bin ich dumm? Jetzt! Jetzt! Mal, 행st du fährst! Was ist das? Oh, da muss los. Das passt wieder komplett an meine Stelle. Oh mein Gott, ich bin so behindert. Leute. Habt ihr nicht gesehen, die sind einfach aus der ganzen Karte geklitscht, alter. Auf jeden Fall Respekt an dich, Kollege, dass du es so schlau gebaut hast. Ey Leute, das hat's peinlich. Da müsste erstmal Lach-Emoji im Chat, ey. Bruder. Ich bin Noob. Das davon ist nichts für mich. Ach du. Hä? Genau. Marco, bist du noch da? Muss ich nicht in sein, was du schreiben, Digga? Könntest du bloß in den Chat schreiben? Hallo? 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 Wer ist beigetreten? Ach so. Ich bin gerade davon. Ja, was? Ich bin gerade davon. Guck. Ja, kann ich gerne mitmachen. Guckst du heute auch ein Ding? Live-Event um 2 Uhr an? Mach heute Live-Stream. Ich mach gerade Live-Stream. Ich hör grad Musik alles im Petto. Ach so, ich mach grad an. Juli, aber kennst du doch, oder? Ah ja. Juli und Bam kenn ich. Hä? 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 Ey Leute, Marco verstehst du das gerade, wieso er verlassen hat? Lässt und Ich liebe das. Bruder, wieso hast du grad verlassen? Hallo? Hallo? Hi. Hast du mich da gekickt? Das hab ich nicht gekickt, aber egal. Ich glaube, es war irgendwie ein Nick-Profile oder so. Ich liebe alles in Petro. Alles in Petro. Äh, hier. Äh, kennst du das so gesagt? Ähm, mach den Mund zu, du stehst noch zurück. Äh, scheiße. Du hast einen Druckbruch. Äh, mach noch keinen Humok, oder? Keine Ahnung, ich kann das nicht so gut nachmachen. Was ist besser? Humok, dann mach ich dich zu Zucuk. Tschüss. Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Nächsten Monat kommt Distrib gegen Evive HD. Bist du YouTuber oder was? Na klar, bin ich YouTuber. Okay, machst du grad live streamen oder was? Na klar, mach ich live streamen. Heute, wo wir sind vom Patreon, mach ich heute live streamen. Patroial. Patroial. Das finde ich... Okay, äh, doch. Ich finde Patroial geil, weil die Autos wieder da sind und... Bla, 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 bla. Ja. Ich könnte sein, dass das Ding wieder reinkommt, weil ich... Obweder kommt Quaplas wieder rein oder gequatzt, denke ich. Weil wenn die ja so ein Party-Royal sind, ne? Soll ich das Spiel beenden? Äh, ja, kannst du. Denn live streamen bin ich viel zu leise. Aber ist ja live stream. Kannst du auch ein Video machen, weil... Guck mal, ich hab Freunde, die gucken auch gut. Wir machen immer live streamen, kein Video oder so. Immer live streamen. Immer live streamen. Herr guckst du mir grad zu? Nee. Das ist nicht mehr. Lol. Aber kannst du mal sowas machen? Äh, kannst du mal ein Video machen oder ein live streamen? Wo du... Äh, dann, ähm, hier... Ähm... Skin Contest machst. So... Einen runden... Und dann mal ein Pro-Post-Stick. Bruder, ich hab noch kein Castingames, ne? Aber egal. Ich mein... Ich mein kein Castingames. Ich mein so... Skin Contest. Weiss? Wo wir dann beide so entscheiden, wer weitergehen darf und wer nicht. Dann... Ist immer schon ein bisschen schwer alt. Ich hab... 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 Ein besseren Deathland. Hilfe. Mama... Einer schreibt einfach... Halt... Marco schreibt Hilfe. Es gibt... Grepp... Leer... In Fortnite. Hehehe... Hehehe... Reif hat man... Aber... Äh... Keine Ahnung... Er gesagt hat... Ich kann kein Japanisch. Ich kann auch kein Japanisch. Ich kann nur Deutsch. Ne... Ne... Mein Freund Markus... Deutscher. Mein Freund Markus... Deutscher. Ich weiß nicht. Aber seine Sprache hab ich nicht gelernt. Diese beiden sind nebeneinander gestorben. Marc... Konntest du das ähm... Greppi... Leer nochmal schreiben? Er... 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 Meint glaube ich... Grappler. Digga... Stell dir vor... Es gibt... Grappler! Bruder... Du musst wieder... Dein Ernst? Ich... Ich hab grad extra die Nummer eingegeben. Ok... Ich mach jetzt einen anderen Deathland. Der ist geiler. Ja... Marco schreibt... Ähm... Ähm... Livestream... Ob ich anderen Deathland machen soll... Ey... Marco schreib jetzt selbst... So... Ne... Ich hab die beste Musik für dich. Und zwar... Das ist Corona... Nanana... Das ganze Land schießt in Corona... Ja... Digga... Schnürschuh. Ich mal den Grubbler von Sky gibt es in Fortnite. Der Schnürschuh. Haha... Also... Marco... Jetzt... Äh... 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 Marco schreibt mir in die Kommentare jetzt... Ob... Wir anderen Deathrun machen sollen. Ob der dir auch zu langweilig ist. Guck mal grad den Dörfern. Wollen wir nicht 1 vs. 1 wissen? Erzähl mal... Mama... Marco muss entscheiden... Entweder Deathrun oder 1 vs. 1. Oder Zombie Map. Wo ist der Zombie Map? Weiter... Du bist Zombie, Junge! Du bist Zombie, Alter! Du bist Nazi! Ich weiß... Ich bin echt Nazi... Woher wusstest du das? Nee... So... 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 Marco darf entscheiden... Entweder 1 vs. 1 oder Run. Marco schreibt einfach 1 für 1 vs. 1 und Run für Deathrun. 1 vs. 1 vs. 1... 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 Warum so eine Zahl crashert... Das ist kurz was mehr versteh ich nicht. Das ist das... Körna... Na 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 na... 2... Das ganze... Du hast du... 4... Das ist auch Corona, Alter! Das ist so... 4... 1... 1... 1... Das ganze Landsteak... 2... Es gibt nur so Musik davon... Ach, ist er. Mach mal... Mach mal... Gib an Youtube ein oder so... und im tic-tac noch mal runa und was gewohnt man hat sie du bist ja auch die digga ich gebe das was sie gleich nach zu geben noch sie ja lecker ich meine fasse Was machst du da? Was macht die ganze Zeit mal wie wie bei dir Geräusche? Ich geb dir gleich, Brr, Alter. Komm jetzt! Ah, es ging ganz, und es ist für Kassel in Deutschland ok. Aber ich kann nichts mehr in deinen Chat schreiben. Ja, weil er vielleicht nicht angemeldet ist? Ey, halt die Fresse. Jetzt seh ich deine Mama. Ich rück deinen Lohn und fragst. Ich bin so schwul, Alter. Ich brauch eine Markus-Mammer. Komm jetzt! Markus, schreib dann einfach Dings bei mir auf Handy. Ich hab eine Markus-Mammer gemacht. Ich hab eine Markus-Mammer gemacht. Schreib dann einfach Dings! Dings. Ja, das gibt Dings! Sag, die Dings! Sag, die Dings so! 1 gegen 1? 1 gegen 1? 2 gegen 1? 1 gegen 1? 2 gegen 1? 1 gegen 1? 1 für Kassel in Deutschland ok jetzt? aber ich kann nichts mehr in den Chat schreiben. Zuerst Zombie Map und danach... Alles Ginge. Ich bin jetzt für... Castle Query Show. Oder Marco, wir machen so, ich beende noch mal Chat und mach dann noch mal neu. Vielleicht liegt's am Chat. Junge, sei es nicht so Corona, ne? Sei es nicht so Corona Crash Crasher. Corona na na na. Das ganze... 1 versus 1... 1 versus 1... Warte. 1 versus 1... 1 versus 1 und danach dann Zombie Map. Okay. Guck mal hier, guck mal, wie ich balanziere. Marco, ich werd ganz groß nochmal Chat neu starten. Dann lieg's vielleicht am Chat, aber komm gleich wieder Chat, ne? Ja. 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 Ja.